Hockey-Familien durchleben viele Höhen und Tiefen. MySports trifft sie an dem Ort, an dem für sie alles begann. Dieses Mal im Fokus? Die Hockey-Familie Losli aus dem Emmental. Dazu gehören die Stürmer Michael und Jannik, sowie ihr Vater Hans, der als Masseur bei Fribourg-Gotteron tätig ist. We are Family, die neue Homemade-Serie von MySports. Die erste Folge mit der Familie Losli am Freitag, den 16. Oktober um 23 Uhr auf MySports One. Die erste Folge mit der Familie Losli am Freitag.